hallo und hier stehe ich wieder und mir fällt gerade ein dass ich glaube ich die aufnahmereihenfolge unklug gewählt habe die einleitung im anderen video hatte deswegen auch noch mal der dominik hat mir ein fanpost geschickt danke dominik deswegen muss ich jetzt zwingend was zeitnah konsumieren konsum fanpost weil nämlich die sachen an die em geknüpft sind sind thematisch mit der em gekoppelt damit habe ich ja nur noch ein bisschen zeit und deswegen nehme ich das jetzt gleich auf und wäre es dann zeitnah für euch präsentieren und zwar ein getränk das andere war eine mahlzeit die kommt auch noch wo die kam vielleicht vorher je nachdem ob wie ich es denn letztendlich gemacht habe ja wahrscheinlich kommt das hier zuerst und wenn nicht dann halt nicht jedenfalls ein getränk und zwar dieses hier ja ein dürstlöscher und zwar die fan edition wie man sieht ein fußball deutsche flagge nationalfarben flagge jubelnde zuschauer und das ganze ist erdbeer und zitronen geschmack wurde um das jetzt ausgedeutsch sein soll ich bin mir nicht sicher das andere ist auch deutsch hat aber andere geschmacksrichtung das habt ihr gesehen schon oder werdet es noch sehen jedenfalls jedenfalls und was mir auch noch nie aufgefallen ist da steht quickvid drauf ich muss mal echt gucken ob die durstlöscher immer so ein quickvid logo drauf ist das ist wohl der hersteller nehme ich doch mal schwer an könnte man meinen steht hier hersteller die food iq gmbh also wie auch immer das kann so sein ist aber vielleicht nicht so ich weiß es ehrlich gesagt nicht hier gibt es wieder dann den nicht strohhalm sondern den papierhalm wenn man so will wie auch immer also das ist jedenfalls ein halber liter apfel orange erfrischungsgetränk mit erdbeer zitronen geschmack auch das kann man wieder jetzt sagen es ist also ein apfel und orange getränk und das soll aber nach erdbeer zitrone schmecken schmeckt sind aber auch nach apfel und orange dann schmeckt sie nach ganz schön viel auf einmal wie auch immer zutaten wasser zucker apfelsaft konzentrat acht prozent mit sternchen entsprechend der fruchtgehalt aha orangensaft konzentrat vier prozent mit sternchen färbendes schwarzes karottensaft konzentrat säuerungsmittel zitronsäure natürliches aroma stabilisator pektine vor dem öffnen bitte schütteln ah ok gut dass ich es weiß nach dem öffnen kühllager innerhalb von drei tagen verbrauchen ja so lange wird das nicht brauchen kalorien hat 45 auf 100 ml ganz normal also schütteln wir so danke dominik für diese körperliche betätigung hier bin eh schon außer atem wegen warum auch immer ich habe keine ahnung ich habe jetzt gerade nichts gemacht außer shaking wie ein polaroid picture nicht ganz also gut nehmen wir das röhrchen hier runter ich finde es übrigens auch das wirklich toll in den inhaltsstoffen stehen also apfelsaft und orangensaft aber die geschmacksrichtung wird fällt unter natürliches aroma theoretisch also gucken wir mal ich habe mir natürlich ein glas zur farblichen analyse besorgt muss aber natürlich jetzt erstmal den halben hier end aus dem röhrchen kriegen der alte mann stellt sich um die uhrzeit auch blöd an das kann doch nicht sein also ernsthaft intelligenzprobe um spät es ist spät heute waren schon drei fußballspiele jetzt mache ich hier mich auch noch sportlich aktiv also dann gucken wir mal habe wahrscheinlich irgendwie so gelb orange jetzt gedacht ich nicht tatsächlich sieht er nach erdbeere aus das hat jetzt nicht gedacht okay wenigstens sieht es aus vielleicht zu wenig rausgedrückt aber riechen tut es irgendwie künstlich nach relativ ganz dezent erdbeere also probiere ich mal hier kurz es ist ein erfrischungsgetränk es schmeckt ein bisschen wie ein tee will ich mal ein ich muss ja natürlich so trinken wie es gedacht ist mit röhrchen also den zitroneneinfluss merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht zitrone ist ja recht recht eindeutig normal ist und auch recht säuerlich weil zitrone hat zurückhaltend apfel fällt auch nicht so auf erdbeere ein bisschen würde ich sagen schmeckt ein bisschen wie ein verbesserter also im positiven sinne verwässerter orangensaft mit mit erdbeerenote also schon mehr erdbeere wie orange aber eigentlich tatsächlich was ist das hier eigentlich hier abbildung das soll gleich schütteln heißen aha wie das gelernt schmeckt völlig okay also es schmeckt weniger wie ein wie ein erfrischungsgetränk was ich und darunter würde ich Limonade verstehen das ist mehr so teig finde ich jetzt der Durstlöscher hier sind die anderen Durstlöscher ich habe mal vor einer weile das habt ihr noch nicht gesehen das kommt erst irgendwann mal einen anderen Durstlöscher gehabt ich habe natürlich schon mal vorher auch welche waren die auch so gefühlt gibt es immer alle Sorten die ich mal probiert habe dann ziemlich schnell nicht mehr wo ich mal auch denke warum eigentlich nicht ich werde dortieren die auch so saisonal durch also danke nochmal Dominik für Schicken für dieses fantastische Nationalgetränk quasi hohoho ähm ja ich finde es nicht schlecht muss ich ernsthaft sagen ist jetzt nichts was ich dauerhaft trinken müsste oder viel am Stück aber es hat ordentlich geschmeckt schmeckt nicht schlecht kann man trinken nicht schlecht so oft zeige ich es jetzt noch also ganz gut haha siehs war es anders jedenfalls danke nochmal Dominik für Schicken hier nochmal kurz zum zeigen wer es suchen will mutmaßlich wird es das nicht allzu lang geben in der Form deswegen jetzt auch noch rechtzeitig von mir gezeigt getrunken gezeigt für gut befunden und danke fürs Zuschauen danke fürs Schicken und damit bis nächstes Mal tschüss tschüss tschüss